Jetzt ist die Zeit sich anzumelden für Costa Rica to go 2.0. Mein Name ist Beatrice Bürger und wir starten die zweite Veranstaltung über Costa Rica. Im Eröffnungstag gibt es zudem ein Live-Konzert von Nils Fischer, einen begnadigten Musiker, der live um 20.30 Uhr für dich spielt. Meld dich an, es ist kostenlos und begleite uns fünf Tage lang durch Costa Rica. Es gibt so viele spannende Persönlichkeiten, die ich für dich interviewt habe und du kannst einfach wissen, okay, was ist in den letzten Monaten hier passiert? Wie geht es den Menschen vor Ort? Wie kann ich aktuell nach Costa Rica reisen? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie kann ich mich am besten vorbereiten, gesund und sicher zu reisen? Ja, das und noch viel mehr wirst du sehen ab Mittwoch, den 24. Februar 2021 für fünf Tage lang kostenlos. Registrier dich jetzt! Und wenn du da bist, wie man sagt, later 1980, sollte mich gehen. Ja, also kann ich von euch mix- Two-Uk.